Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe hier ein ganzes Deck an so kleinen Figuren. Hier, so Figuren. Das ist zum Beispiel für die Frankenspitzen. Ich könnte momentan nur noch mit den Figuren spielen. Ich habe eine für England, eine Figur für Frankreich, eine Figur für Europa, eine für meine Lieblinge, eine für Franken, die Internetsianer sind der Weltgedanke, also Region und Weltgedanke, Internet, eine für Deutschland und meine Lieblinge, drei Stück, mein Bruder, meine Bezugsperson. Ich könnte den ganzen Tag feixen und lachen. Man sagt ja nicht alles an jedem. Entschuldigung, man sagt ja nicht alles an jedem. Mal die Kritiksten aus der Luft, ja. Die belügt dich über den Content und dann musst du dich ärgern lassen beziehungsweise die Lügen, dass du irgendwas nicht nehmen sollst. Deswegen bin ich grau worden und koledisch. Von schwarz zu grau worden. Und nicht mehr so rot. Das ist aber mehr meine Frau ihr Sache. Ich habe auch extra einen grünen Oberteil und rote Hosen heute. Die Farbelei. Ich brauche Werkzeug, bin Künstler. Bin meine Perspektive. Egal. Ich werde euch jetzt zeigen, eine der wichtigsten Webseiten, die ich habe, über die graue Weltfahne. Es gibt, das ist nur eine Sage. Wenn es eine graue Weltfahne gäbe, dann vergehe diese Welt nicht mehr. Ja, das war ja das Ziel, war ja das Internet für immer. War ja das Ziel Kupfer. Das garantieren mir die Chef, das kann nicht einmal ich. War ja dann stolpern übers Holz. Die Ränder des Waldes. Wir dürfen da gar nicht, also ich darf da gar nicht hinaus blicken. Die Identipendency von den USA zu respektieren, ist noch schlimmer. Sind die, die außerhalb vom Holzbereich sind, für mich. Darf ich nur Zimmer wahrnehmen, was der Herr mir schenkt? Und Internet. Jetzt habe ich das beim Holz ermittelt. Und dann habe ich endlich gewusst, wie ewig mehr geht. In der Dualität. Sagt ja das Wort. In der Zweiheit. Im Duett. So. Jetzt habe ich natürlich meine Bezugspersonen bei den Damen. Jetzt brauche ich, ich brauche weder Internet noch Holz noch Kupfer. Ich brauche nur, dass die Leute mir nichts wollen. Und das wollen sie nun mal seitdem Nett und Berl in Ordnung-a.gräcker.info Ordnung-a.gräcker.info erklärt, dass die Republik neben der demokratischen Wahl oder Königsambitionen natürlich den Faschisten hat. Was heißt der Faschist? Der Faschist ist eine Großfamilie auf der ganzen Welt mittlerweile, auf allen Kontinenten und wahrscheinlich auch Ausformungen der Wesen verfügbar ist. Eine Wahl gibt. Zwischen zwei Lagern die Kraft der Faschismus bist immer du selber der erste Mann und die Familie der Hort. Die Gemeinde hilft mir hier. Mich gut einbringen. Zwischen dem Lager Nett befinde ich mich bei den Nett das ist eine Wikinger-Kraft und die Beeren das ist die Berlin etc. Und bis das fertig gebaut war diese innerfaschistische Wahl war nötig. Leute die Familie ist das Rückgrat die erlauben Freunde. Das ist der Fall. Moment bis das fertig war hat der kleine Jahwe Körperli Gesagte von den Indianern die Ewigkeit wieder zu sagt kriegt und es geht in die Ewigkeit ein Vehikel Nett und Bär in eine Richtung los und zwar wie ein Tretboot durch die Luft. Also ein Großblick gehabt und seitdem sind wir wieder genehm aber wir haben immer weniger Toleranz gehabt bei den Menschenmengen als der Systemgründer am siebten Tag waren die Beeren waren mir die Liebsten waren die Treuesten waren die Besten für mich sowieso wie ich dann durch den arbeite durch den Körper der für Jahwe gehalten wird bei den Indianern ja in siebentags Weltsystemgründung er hat aber für die Menge nicht gereicht die wollten unbedingt eine andere Spitze sehen auf den Pyramiden so schaut das aus und dann hätten es immer die Pyramiden Spitz weg gemacht und jetzt haben wir einfach die Staben als Wahl der die das der Heilige Geist Geist über Materie kannst du aussuchen Teilfamilie und die Nächsten seine nett und echt und neutral und ja das ist bestanden es hat halt sieben Tage gedauert bis sie nett stabil waren ich schufte war 50 mal am Markt und schiebte das Teig in die Ewigkeit und der Planet verrinnt nicht mehr ich habe eine Sicht gehabt durch einen Körper der hat mir ein Neuplanet ist obsolet die Kreise können reparieren da gilt nicht das absolut gesprochene Wort da es sind zwei Systeme es gibt um diese Pyramide einen Todus und der lässt uns halt zu und die die lassen uns zu wegen der Wahl oben ja mittlerweile wieder hat sieben Tage gedauert da war ich bei der Menge unbeliebt scheinbar und die Wahl der Nett und der Berl hat es dann gekittet und jeder Berl kann bei den Nett folgen und jeder Nett kann bei den Berl mit applaudieren oder abpacken das ist da alles nicht so das Schwierige so aber jetzt zu dieser Seite die mir eine der wichtigsten ist das ist nicht Save the Planet there is no Planet B das ist nicht Nett und Berl Republik und Familie das ist die ah man müsste suchen graue Ewigkeitsfahnen sage sage tue ich dann in die Beschreibung graue Ewigkeitsfahnen hat der Vatikan jetzt grau packt an nachdem im Nauru scheinbar dieses Gelbe sich eingeschlichen hat Malta hat es präsentiert grau zuerst dann nach Nauru ich habe einen eigenen grafiken ähnlichen Fahnenbildnissen zwei Märchen sind darauf die Lieder sind ein herzens beruhiger einige links sieben und dann komme ich auf den Punkt es ist doch Preußen Preußen lebe hoch ein schönes Bild und da halte ich mich jetzt auf ich war vorher gebe ich euch auch den Link ähm auf raketensitz.gräcker.info kleine Lebenmeldung Entschuldigung ich wollte gar nicht so viel erzählen ich bin froh um Ruhe und um meine Figuren seid mal auch bitte nicht böse ich traue mich schon kein Video über diese Figuren zu machen weil mich jetzt Franzosen aus der Luft drei Mann aggressiv gesagt haben du wie kannst du es wagen eine Figur für Frankreich zu nehmen also mache ich dieses Video nicht ich werde es auch umbenennen ich werde einfach sagen Land 1 Land 2 Land 3 oder etwaiges ja ich muss erst australien sonst nimmt meine Frau mir alles weg derer Talent hat sie na das Entschuldigung dass ähm mir alles weggenommen wird und das will ich auch nicht ja das sagt mir immer rechtzeitig Bescheid ich bin cholerisch wenn ich was nicht verstehe wenn ihr mich zwingen wollt dann will ich es wissen dann wird es bis zum Schluss wird dann rumgenervt das schadet mir und euch gefällt es auch nicht also bitte mit Vernunft arbeiten ja wenn wir was weg machen da haben wir nichts zu beobachten als Seele wenn wir genervt sind dabei wollen wir die Zeit nie mehr sehen also stillhalten oder was schönes stillhalten oder was schönes immer auf Arbeit tarnen doppelter Boden für die Öffentlichkeit und dann darf noch was sein in dem Sinne geht dann auf den dritten Link seet-andreas.blocksport.com hier ist meine einmalige Nummer aus einem SNES von Japan Handscheiben mache ich euch gern Wanderstaben auf Holzwallekrecker-Info und das war es jetzt mit den Links gehabt euch wohl gehabt euch wohl und hier eitig war es jetzt mit dem wo Load ist super cool und das ist ja